Es wurde gerade ein neues Kingdom Hearts Spiel angekündigt und ich bin ziemlich, ziemlich angepisst. Das wohl abstruseste Kingdom Hearts Spiel, mit dem niemals jemand gerechnet hätte. Ein Rhythm Game. Es ist mir schier unbegreiflich, wie Square Enix auf die Idee kommt, so ein Nischenspiel für solch ein Franchise wie Kingdom Hearts zu produzieren. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin echt sauer, dass sie die Fans mit storyrelevanten Cutscenes anfixen, damit auch die Leute sich das Spiel kaufen, die sonst niemals ein Rhythm Game spielen würden. Aber Fakt ist, das Teil kommt und wir können uns dem jetzt nicht mehr verwehren. Und da sich in diesem Trailer direkt einige interessante Story-Schnipfel verstecken, hab ich mir gedacht, ich zeig für euch mal mit dem Finger drauf. Kairi bekommt in diesem Trailer jede Menge Screentime. Damit steht für mich jetzt schon fest, dass in diesem Spiel die Lücke von einem Jahr behandelt wird, die Riku im Remind DLC erwähnt. Er sagte dort, dass Kairi seit einem Jahr in Radiant Garden schläft, damit in ihren Erinnerungen nach Hinweisen zu Soras Aufenthaltsort suchen kann. In dieser Szene sehen wir, wie Kairi noch wach ist. Ich vermute daher, dass die Szene am Anfang des Spiels stattfindet. Anschließend macht sie sich auf in den Schlaf und wandert so wie Zora am Ende von Remind und Zora am Anfang von Kingdom Hearts 3 in die letzte Welt. Zora hatte Kairis Herz am Ende vom DLC mit der Macht der Freundschaft wieder zusammengesetzt und wir sehen hier wieder die kristallisierten Teile ihres Herzens. Vielleicht sind es diese Teile, die es Kairi letztlich ermöglichen sollen, Zora wiederzufinden? Gegebenenfalls wird hier auch schon angeteasert, dass Zora seinen Weg aus der letzten Welt in diesem Spiel zurückfindet. Wir sehen hier nämlich, wie er einen Teil von Kairis Herzen in der Hand hält. Auf jeden Fall wird ihr im Verlauf des Spiels Riku in die letzte Welt folgen. Ich vermute jetzt einfach mal, dass dies hier eher gegen Ende des Spiels passiert. Die beiden treffen hier jede Menge Sterne von Verstorbenen und es wäre wirklich spannend, wenn Kairi hier auf die Freundin von Yozora treffen würde. Das könnte nämlich der Hinweis sein, der Kairi letztlich zu Zora führt. In der Mitte des Spiels scheinen wir einige Flashbacks aus Kairis Kindheit zu bekommen. Wir sehen hier, wie sie als Kind versucht, zu Ansem's Schloss zu flüchten, als die Herzlosen zum ersten Mal in der Welt auftauchen. Anschließend sehen wir, wie Terranort, der sich ab diesem Zeitpunkt vermutlich schon Ansem nennt, Kairi mithilfe einer Arche nach Destiny Island schickt. Das ist genau die Maschine, die wir schon in Kingdom Hearts 1 sehen konnten und die erst kürzlich in Union Cross aufgetaucht ist. In meinem Kingdom Hearts 3 Story Video gehe ich da detaillierter drauf ein. Wenn ihr das noch nicht kennt, checkt das vielleicht mal aus. Jedenfalls ist diese Szene eine Anspielung aus einem Ansem-Bericht aus Kingdom Hearts 1. Wenn die Prinzessinnen und das Schlüsselschwert verbunden sind, sollten sie resonieren. Ich habe ein Mädchen ausgewählt. Ich weiß nicht, ob sie über die Macht der Prinzessinnen verfügt, aber ich werde es herausfinden. Sie kann mich vielleicht zum Schlüsselträger führen. Ich werde sie befreien und beobachten. Ich hoffe einfach, dass dieses Spiel uns in seinen Cutscenes zeigen wird, was damals genau in Radiant Garden abgelaufen ist. Erfahren wir vielleicht endlich den Grund, warum Xehanort eines Tages angefangen hat, sich Ansem zu nennen? Sehen wir vielleicht das Mädchen, das Lushu aus dem Keller verschleppt hat und welches die Freundin von Lee und Aisa war? Könnte es sein, dass Kairis Großmutter eine größere Rolle in der Story bekommt? Vielleicht ist sie ja in Wirklichkeit eine der neuen Charaktere, die kürzlich für das ebenfalls bald erscheinende Kingdom Hearts Dark Road enthüllt wurden? Ich hoffe wirklich, dass das Spiel uns das in seinen Cutscenes ausführlich erklärt. Apropos Cutscenen, das Spiel sieht ganz danach aus, als würde man in viele, wenn nicht sogar alle Welten, die es bisher in Kingdom Hearts gab, reisen und für jedes spezifische Lead, das es in den Welten gibt, jeweils ein eigenes Level bekommen. Hat man eine bestimmte Anzahl an Level abgeschlossen, schaltet man vermutlich eine Cutscene für Kairi frei, die man sich anschauen kann. Ich glaube, das kann man an dem kleinen Icon hier unten an der Welt sehen. Was bei dem Ganzen interessant ist, ist natürlich, dass es sich im Gameplay um den Kingdom Hearts 1 Sora zu handeln scheint. Am Anfang des Trailer sieht man diese Karikaturen von Sora, Donald und Goofy. Die sehen mir ganz stark nach dem Schlussbild von Sora aus Kingdom Hearts Coded aus. Kairi pennt bei Heckerman, der krassen IT-Kram mit ihr macht. Wir sehen diesen Karikaturstil von dem Daten-Sora. Wäre es da nicht möglich, dass es genau der Daten-Sora aus Coded ist, der in Kairis Erinnerung in Ordnung bringt? Ich könnte mir gut vorstellen, dass Melodies of Memory eigentlich ein halbes Sequel zu Kingdom Hearts Coded ist. Findet ihr es eigentlich auch schlimm, dass wir den Meister der Meister nun nicht mehr mit M-O-M abkürzen können? Apropos, ich bin mir nicht sicher, ob wir diesen am Ende des Trailers sehen. Für mich sieht es so aus, als habe die Kapuze eine leicht andere Form. Der Meister der Meister hat zwar im Remind DLC seine Arme auf dem Rücken verschränkt, aber der alte Meister Xehanort hat das viel häufiger gemacht. Ich glaube eher, dass die Person in der Kutte Xehanort ist, der noch den Mantel trägt, so wie am Anfang von Birth by Sleep. Das macht auch viel mehr Sinn in dem Kontext von dem, was Kairi zu dieser Person sagt. Leute, ganz ehrlich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Nomura das Gesicht des Meisters der Meister in einem Spin-Off enthüllen würde. Das hier ist nur Clickbait von Nomura an seine Fans. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass ihr dieses Video nicht als Clickbait empfunden habt und damit zufrieden wart. Wenn es euch gefallen hat oder ihr noch Fragen oder eigene Ideen habt, dann schreibt mir das doch in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da, das wäre super nett. Und immer daran denken, may your heart be your guiding key. Also checking-In Story해야 sein ...